Ah shit, hier gehen wir wieder. Da muss ich aufpassen, dass er keinen kurzen Prozess mit mir macht, warum geht der so ab? Das ist doch nur ein normaler Gegner hier, oder nicht? Oh shit. Also wenn das dann voll von diesen Viechern ist, dann gute Nacht. Ach, und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend. Gute Nacht. Wir gucken erstmal, was das wird. Tänzerin. Ah, haha, sehr schön. Genau nach sowas steht mir der Sinn, nach einem harten Tag in Elden Ring. Kannst du mir ein bisschen Bauchtanz zeigen, oder kannst du hier nur Schwerttanz machen? Bleib mal ein bisschen stehen, wenn ich die schlage, ja? Excuse me? Halt auch die rechte Wange hin, bitte. Oh. Die ist aber flink. Oh. Oh, Glückwunsch. Das kann man erwarten... Oh, halbtot. Uff. Okay. 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 Okay, okay, okay. Hört, die Henk. Mach mal auf mit der Kombo. Wieso, was ich dann dagegen verteidigen? Alles klar. Das sieht aber verdächtig nach einem... Das ist was er gesagt hat, richtig, Leute? Weil von... Wann kommt der? Kommt der von oben? Drache? Oh. Nee, wir müssen stattdessen gegen drei Kackhaufen kämpfen. Hätte ich das gewusst, hätte ich Klopapier mitgenommen. Sue. Er denkt halt auch, er ist der Homeländer. Oh shit, was ist das? Oh shit, was ist das? Oh Gott, die explodiert? Oh nein. Hilfe! Hilfe! Lass mich hier raus! Um... Ich lebe! Haha! Hilfe! Was ist denn das für eine Versammlung hier? Als die Tiere den Weid verließen oder wie hieß diese Kinderserie? Aber alles, was ich hier sehe... Gratis Rohstoffe. Hahaha! Das eskalierte schnell. Die Nachrichten brauche ich mir gar nicht durchlesen. Ich weiß ganz genau, was das Spiel von mir will. Das Witzige ist halt auch immer... Du fällst vom Pferd, brichst dir jeglichen Knochen bis halb tot. Aber so ein Sturz hier, ne? So einen gesküfteten Sturz, den überlebst du ohne einen blauen Fleck. Absolut logisch. Äh, was haben wir denn hier? Sieht ein bisschen räudig aus hier unten. Hä? Anzeige schon da. Wo ist der was? Wo ist der was? Ist er unsichtbar? Bitte nicht. Oh, da kommt er. Oh, shit. Der reitet. Haha! Oh, was? Das nennt ich mal ein Auftritt. Das Pferd greift mich an! Oh! Haha! Ich merk schon. Das wird asozial. Aber wir schaffen das ohne Imitator-Train, ne? Lüge! Die einzige Träne... Guck mal, falls er da alles mitschläft. Was? Der hat auch noch nen Boomerang! Haha! Alter Schwede! Haha! First Try hab ich schon lange keine Bosse mehr gelegt. Oh! Oh! Man muss halt echt immer erst mal... Ihre Abfolge rauskriegen, was die so drauf haben. Um's denn besser zu dodgen, als was ich hier grade mache. Oh, der treffe ich nicht mal. Oh, sch. Ist er jetzt richtig wütend? Ich hab ja noch nicht mal halb Down. Er kann doch nicht wütend sein. Was? Aber er ist irgendwie wütend. Was ist mit dem? Oh! Aber das Pferd will ich haben. Wenn ich dich gekillt hab, nehme ich den Pferd, Junge. Oh, sch. Oh! Es ist so assi. Ich treffe ihn ja nicht mal. Ich hole ja die ganze Zeit aus. Aber es passiert einfach nichts. Oh, sch. Hahaha! Wir sollen mal den dann besiegen. Ah ja, Frost, klar. Selbstverständlich riecht den Frostschaden. Ich hab gleich schon keine Eilträge mehr. Guck mal, wie wenig Energie. Ach, ich hasse den Boomerang. Den kannst du dir... Oh, oh, es kommt jetzt. ... Meine Wüte, ich bin doch kein Sonntagsbraten. Kannst du mal aufhören, hier so rumzuhacken? Ich komm nicht mal selber zum Angreifen, das ist das Traurige. Mein Schwert ist, glaube ich, viel zu langsam. Oh, wie der abgeht. Ist das lächelig. Oh, das ist so un... Du bist jedes Mal in der Schlaganimation und dann kommt ein Boomerang. Oh nein. Wie weiche ich dem aus? Wie weiche ich dem aus? Da ist nirgendswo, wo ich hinrollen kann. Da ist nirgendswo Platz. Digga, das ist so ein Witz. Es ist so... Maniac Maniacan benutzt schon wieder die Imitator-Trainer, weil er zu schlecht... Ja und? Sie ist im Spiel. Ich darf sie benutzen. Es steht nirgendswo in Handbuch des Spiels, dass du ein Noob bist, wenn du die Imitator-Trainer benutzt. Und wie ihr seht, es funktioniert ja auch leider so gut. Ohne habe ich echte Probleme. Wow. Ah! Aber mit bin ich der Bosskampf. Und so gefällt... Hör auf, wegzulaufen! Und so gefällt es mir dann doch besser, wenn ich die Boss auch schaffe am Ende. Okay.